Musik Am 1. Mai fand der 16. Leobersdorfer Brückenlauf statt. Vor dem großen Laufspektakel konnten sich die Teilnehmer schon am Vortag bei der Kaiserschmarrnparty eine Stärkung holen. Für die gute Stimmung sorgte die Musikschule Leobersdorf. Frische Grimmwürfler da, Bommesgräsegräuner. Bommes, frische Bommes, Bommes, schrie Bommes. Als erstes startete der 400 Meter Knirpselauf. Doch bevor es losging, musste noch kräftig aufgewärmt werden. Ich bin schnapp wie das kleine Krokodil. Du hast die Kippen, das liegt direkt an mir. Für ernst diese beste Kampi, so der Stadt. Ich bin schnapp wie das kleine Krokodil. 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 Ob jung oder alt, Staffellauf, Kinderwagenlauf oder Nordic Walking, alle können mitmachen. Das ist heuer der 16. Brückenlauf, das heißt, wir machen das seit dem Jahr 2000 und mit immer steigenden Zuschauerzahlen und ich glaube, das findet wirklich einen tollen Angang an der Oberstaufer Brückenlauf. Wir haben über 2000 Menschen, die in der Regel hier teilnehmen an diesem Lauf und unsere Orte einfach beleben und für eine tolle Atmosphäre sorgen. Die Leute kommen eigentlich aus ganz Niederösterreich. Ursprünglich hat das begonnen im Umfeld von Oberstdorf, da hatten wir auch nur einige 100 Starter und zwischenzeitlich haben wir Läufer aus ganz Niederösterreich, sogar aus benachbarten Bundesländern, manchmal haben wir auch Läufer aus Ungern und den Angrenz hin starten. Damit den Kleinen nicht langweilig wird, wenn die Eltern laufen, können sie sich in der Kids Corner bei Hübsburg, Seifenblasen und Co. vergnügen. Der große Hauptlauf mit 1600 Teilnehmern findet jedes Jahr großen Angang. Die Läufer bewältigen eine Strecke von 10 Kilometern über 8 Brücken durch die schöne Tristin-Gemeinde Leobersdorf. Die Läufer kommen insbesondere in der Oberstdorf, weil es hier eine einmalige Atmosphäre gibt. Es gibt hier ein Umfeld, glaube ich, von perfekter Organisation und natürlich gibt es auch tolle, wir nennen das Startersacker, wo die Läufer alle möglichen Geschenke und nützlichen Accessoires bekommen, die sie im Alltagsleben und beim Laufen gebrauchen können. Aber das Highlight zu rechts hin ist, glaube ich, einfach diese einmalige Atmosphäre in Leobersdorf. Nicht nur hier am Rathausplatz, sondern auch entlang der Laufstrecke, wo Musikgruppen die Läufer anspornen, wenn das Wetter etwas schöner ist als heute, die Leute mit den Gartensläuchen rauszustehen, für Erfrischung sorgen. Und das alles macht einfach diese tolle und einmalige Atmosphäre von Leobersdorf aus. Die Läufer werden nicht nur bei den Zuschauern kräftig angefeuert, sondern auch auf der Strecke sorgen Trommler und eine Saxofongruppe von der Musikschule für die nötige Motivation. Die Läufer werden nicht nur bei den Gartensläuchen, sondern auch bei den Gartensläuchen. Die Läufer werden nicht nur bei den Gartensläuchen, sondern auch bei den Gartensläuchen. Um den leeren Kohlehydrat-Speichern nach der Anstrengung wieder auftanken zu können, gab es im Anschluss ein reichhaltiges Läuferbuffet. Das ist eine Stärkung für die Finisher. Also jeder, der ins Ziel kommt, wird dann zum Schluss noch einmal verpflegt, so wie es bei allen großen Laufveranstaltungen ist, eben damit sie dann ihre Energie wieder auftanken können. Ja, wir haben ja den Brückenlauf. Es gibt auch einen Brückerl. Dankeschön. Bitte sehr. Das sind die Brückerl und die werden für den heutigen Tag von Korn und Brot gebacken. Zum krönenden Abschluss gab es eine Siegerehrung in jeder Kategorie für klein und groß. Die Tagessieger Liliana Maria Danay mit einer Zeit von 36,47 und Markus Sostaritsch mit einer Zeit von 32,37 wurden groß gefeiert. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017